Unter der Führung des Heiligen Geistes kannst du eine tiefe Erfüllung spüren. Dieses Gefühl der Erfüllung entsteht nicht durch äußere Umstände, sondern durch die innere Verbindung mit Christus. Der Heilige Geist wirkt auf eine Weise, dass du in jedem Menschen Christus wiedererkennst. Diese Erkenntnis öffnet die Augen deines Herzens, sodass du die göttliche Unschuld in deinen Brüdern siehst. Durch die Führung des Heiligen Geistes wird dein Blick auf die Welt transformiert. Alles, was du siehst, ist ein Ausdruck des Sohnes Gottes. Es gibt nichts anderes, nichts, was dieser göttlichen Wahrheit widersprechen könnte. Diese Erkenntnis führt zu einem tiefen inneren Frieden, denn du bist ständig von der Liebe Gottes umgeben. In der göttlichen Liebe gibt es keine Bedrohung. Alles, was wirklich ist, kann nicht bedroht werden und nichts Unmögliches existiert. Diese Wahrheit liegt im Frieden Gottes, den du durch die Stille deiner Gedanken erfahren kannst. Lass alle deine Gedanken stille sein und du wirst den Frieden Gottes verspüren. Die Führung des Heiligen Geistes ermöglicht es dir, in der Liebe zu leben. Du bist fähig, nur Liebe und Unschuld zu sehen, da keine Unvollkommenheit in deiner Wahrnehmung existiert. Dieser spirituelle Blick verändert deine gesamte Lebensweise und schenkt dir eine neue Perspektive der Welt und deiner Mitmenschen. Abschließend lässt sich sagen, dass die Führung des Heiligen Geistes zu einem Zustand des dauerhaften Friedens führt. Indem du deine Gedanken still werden lässt und deine Augen für die göttliche Wahrheit öffnest, kannst du das volle Potenzial deiner spirituellen Reise ausschöpfen. Die Liebe und Frieden Gottes sind stets bei dir. Die Liebe und Frieden Gottes sind stets bei dir. Die Liebe und Frieden Gottes sind stets bei dir. Die Liebe und Frieden Gottes sind stets bei dir.